Das ist der Wahnsinn und Herzlich Willkommen zurück bei FIFA 16, Spiel 3 in Liga 6. Wir sind gut unterwegs, haben noch nicht einmal verloren und der Tobi hat wieder rechtzeitig seine Schieß aktiviert. Major rastet aus. Ich will auch mal so viel tricksen können. Ach Mann ey. Eines Tages Kevin, eines Tages. Ja, der rollt 5 Meter. Kämpfen, Kevin, du kannst kämpfen, das ist das Wichtige. Weißt du, darum geht's hier, da ist mein Wahl. Das ist wichtig. Der spielt jetzt da zurück. Lebt deinen Traum, denn er wird wahr. Lebt deinen Traum, denn er wird wahr. Oh, schick doch Mann. Den Zeugen übergewandert oder was? Okay, Flank rein. Erwin, komm mal, komm mal, mein Bot. Sorry. Der ist gut. Der ist gut, der ist gut. Der ist gut. Sorry Major. Voll abgehoben, kurz. Kurz geht nicht mehr. Doch. Tor. Siehste, was willst du eigentlich, Sascha? Geld. Der ist drin. Backups 3. Tobi, der ist drin. Deswegen bist du auch so freundlich zu mir und lachst ergeben an der Witze. Ja, der war gut, Tobi, der war gut. Ich bin durch, hatte noch 1000 Profis. Kann das hier verliehen. Ja, wurde kaputt, glaube ich. Die ist alles schön mit klar, ne? 1-0, Freunde. Zuhause. Guck mal, wie die Fans singen. Wie ihr es auch so cool findet, gib doch ein Like. Ja, wenn die das machen würden, würden sie mehr Stimmung machen als die Bayern-Fans. Ja gut, das wäre nicht schwierig, ne? Oh, Debatte, Debatte, Debatte. Was für Debatte, Mann. Bei den Kommentaren, was unten los ist, oh mein Gott. Ich bin vorne. Ich bin auch vorne. Bin? Jo. Der Ball ist durchgeflasht. Der Ball ist raus. Flasht aus. Wir sind raus. Wir sind... Bist du behindert, oder was? Hello, friends. A little bit behindert. Oh, hat er gut gemacht, hat er gut gemacht, hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht, hat er gut gemacht. Ich habe gedacht, er zieht eigentlich direkt ab, aber hat er nicht gemacht. Gut gemacht, Respekt, aber nächstes Mal trickst du dich aus. Wie schwul läuft denn der Schiri da oben, ey? Dann ist gut. Hast du etwas gegen Schwule, Kevin? Ne. Hä, warum, hä? Komm. Jo. Jetzt reicht es mir. Irgendwann ist das Maß voll. Aua. Voll am Rumstolpern da. Boah. Meter. Ey, was? Ey, Sascha, Mann, du machst nur negative Sachen, Mann. Was? Ballverlust. Negative. Das ist richtig verstanden. Tore. Ey, du faulst rum, während ihr den Ball habt. Sascha, hast du überhaupt schon ein Tor gemacht? Eins, ne? Elfmeter. Und das ist so, was wir nicht aufgenommen haben. Jetzt kommt es. Durch. Endlich mal was. Jetzt go. Warte, 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 warte. Endlich bin ich mal nützlich, Mann. Und dann, aber da würdest du sagen, für das in Ordnung, wenn man sowas macht. Das ist okay. Das ist okay. Warte mal lieber, dass der Taros den nächsten Fehler macht. Der Taros. Ich sprich von dir selbst in dritter Person. Du bist voll abgehoben, Mann. 1-11. Tor. Schön. Und ich gehe nicht zum Ball. FC Bayern, Städte Südens. Städte Südens. Tor, du Bayern, du Bayern. Ei, 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 ei. FC Bayern? Oh, der ist halt noch dran, ey. FC Bayern, wünsche. Konter, Jungs, Konter. Ich bin oben. Ja. Ja. Sascha. Unten. Äh, ist das dein Ernst? Was macht ihr denn da? Was macht mein Tor, guck mal, mein Tor kommt da raus. Geil. Nein. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht, hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Geht's. Komm ich hinspielen? Nirgendwo den Ball verliehen. Hab ich wieder? Ja. Ich würde dir ein Angebot machen, das du immer ablehnen kannst. Ich mag auch ein Angebot. Mach lieber den Kopf rein. Ey, ich lag gerade an seinem... Wo? An seinem Hohn. An seinem Hohn. Hab den abgerissen mit meinem Mund. Ach, Alter. Was? Bitte, was? Wie krank bist du denn, ey? Ja. Ich hab schlecht. Leicht erregt. Genfer Konvention oder so? Sascha ist leicht erregt. Was? Was hat das gesagt? Sascha wollte schon mal immer mehr. Hey, entgegenkommen. Hey, wake up. Leck mich doch, ey. Ja, hier. Leck mich doch. Lecken rinden die Muschel aus, bitte. Das hast du jetzt nicht gesagt. Wir müssen uns konzentrieren aufs Spiel, Mann. Ja, das hast du. Ja, das suche ich. Nur wenn ich mal gerade keinen Fehler mache, dann sage ich wenigstens, dass wir uns konzentrieren müssen. Ich spiele auch mit allen. Ja, die jetzt. Nee, schon wieder nicht? Nee. Wie sind das für Leute hier? Oder? Oder es werden halt nur die echten Spieler angezeigt von den Pros. Nee, 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 nee. Der hat auch einen Namen dann. Das ist Bullshit. Nee, der hat einen Namen. Das ist Bullshit. Komm. Tobi, nochmal. Ja, kein Ding, ey, Kevin. Hä? Alter. Alter, hab ich mal einen Boden, Möbel. Ja. Hast du das gesehen, ey? Also, da kann man auch mal klatschen, ne? Siapongajali. Ja, super. Tobi, hau den Schuss. Ja, ich würde gerne, aber geht nicht. Oh, Kevin. Hä? Weißt du, der Grätscher wie sonst was hat den Ball trotzdem nicht. Muss mir noch einen Zweikopftrainer runterladen. Schön. So, einmal nach. Der ist süß. Der ist süß. Das ist der süße Busch. Oh. Ach komm, wie kann der denn so schnell sein, Mann? Oh, ist unser, oder? Ist doch unser, oder nicht? Jupp. Jawoll. Das gefällt mir. Hab zu schnell nichts gedrückt. Äh, kenn ich. Just FIFA Problems. Komm her, Mann. Jetzt mal ruhig nach vorne spielen. Jawoll. Und nochmal. Nein. Ja, Sascha, Tobi. Sascha, Tobi. Ich war nervös. Jungs. Jo. Hey. 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 Schön, Sascha. Ach. Mach mal was Schönes. Das ist ja was. Das ist ja der Hammer. Mach mal gut, Kevin. Ich muss ein Tor machen. Steige, komm mal. Spiel rein hier. Tor. Jo, Tor 1, 0. Der ist für mich. Tobi. Oh, 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 Cheat. Oh, was? Der ist nicht aufs Tor gekommen? Hä? Was denn da los? Wo geht's nicht? Da hast du mal gern wieder anmachen, wenn es spannend wird. Der drückt A. Mach mal ran. Was wird das denn auf dem Schwung? Krischen. Jungs. Jungs. Das ist ja unglaublich. Hä? Öh. Was machen der Stallensprecher da? Was macht der denn da auf dem Feld? Gute tun. Hat der Kepa. Alter. Gute tun. Was geht der mit dir, Mann? Jau. So sieht's aus. Jetzt komm. Sascha. Stopp. Mann, was hat der für lange Beine, Mann? Irgendwie kürzen oder so? Ich bin halt dort gewesen. Halt. Kennt ihr jemand noch Venigow auf der Hesse-Link? Jo, kenn ich ja. An den er erdebt mich, Sascha. Kenn ich nicht. Google mal. Der ist bestimmt groß. Groß. Wie der heißt, hab ich gefragt. Venigow auf der Hesse-Link, Mann. Bist du dauerhaft? Live googeln jetzt, komm. Jawohl. Geh mal weiter, ne? Oh, Sascha hat die Möglichkeit. Sascha, weißt du? Nee. Ist mir's egal. Na, google doch mit deinem Smartphone. Ich hab kein Smartphone. Ich kann mir sowas nicht leisten. Laber, ich entscheidens, ey. Ich hab dir doch letztens noch eins bestellt. Das wüsste ich. Boah. Das wüsste ich aber. Also da mit dem Kopf reingehen, ne? Während der da die Schere macht, ey. Boah. Dieb. Mann, das Tor ist ja. Leute, komm jetzt. Die sind dominant. Konter. Die sind dominant. Konter. Dominant. Achtung. Ich bin oben. Achtung, Achtung. Jetzt aber. Du bist im Abfall, Tobi. Na, ich weiß. Alarm. War mein Trick, war... Alter, hinter. Den hab ich. Was? Geht doch draus. Ey, war das grad... Ist das grad passiert? Schieß drauf! Oh, Mann. Hättchen gehabt, ey. Ich muss so fahren. Ja, guck dir das mal an. Das ist halt lächerlich. Das ist Disco. Wer da den Pass nicht spielen kann... Disco, let's play. Ja, das ist halt so, ne? Das ist halt Disco. Meiner. Himm doch den mal. Ich bin eigentlich blank. Ja, natürlich. Und grad in Una-Wäsche. Schön. Jetzt bin ich mal da unten hier. Okay. Jawohl. Dauber. Ein graziler Sprung. Jetzt Sascha. Jawohl. Alles klar. Schön. Den Eck schon wieder aktiviert. Passt wieder ein Eigentor. Jetzt mal kurze Ecke, Mann. Ja, der kann das nicht. Das kann ich nicht. Ganz kurz nur antippen. Okay, Major, mach den. Aha, der wusste, was ich war. Aber die kleine Drecksau. Ah, Sascha. Hase, Hase. Schön. Sehr schön, Ecke zurückt. Ja. Hier, Major. Sauber. Jetzt geht doch steil. Was wahrscheinlich ist, ich wollte was anderes machen. Mann, Mann. Warum hat der ein Ausruferzeichen, der bei sich? Das ist so. Das ist besonders. Er will was ausdrücken. Jawohl. Er will der Welt was sagen. Oben, Major. Ja. Schönes Ding. Sehr schöner Pass. Schönes Ding. Major. Was ist? Major, hier. Ja. Oder so. Hey. Hast du gut gemacht. Geeks. Da oben, Major. Hast du gut gemacht, Major. Ja, also, da kann man nichts anderes behaupten. Zack, hier. Wundervoll. Zack, abgeschlossen. Zack, bumm. Da ist er wieder. Der Major ist nach langer Zeit mal wieder hart dazu geschlagen, ne? Ich werde nicht Orangen beworfen. Nehm dieses Toten nicht an. Wendet ihr das? Und da muss er wieder scheiß machen. Ich hab gedacht, der Spieler kommt und so. Dann kannst du wissen. Der muss er tricksen. Yo. Kevin. Kobe. Lege in die Mitte. Kam aus. Bam. Oh. War das schön. Major. War das schön. Yo. Der Major. Der Tobi. Der Tobi. Hast du das gesehen? Alter, was ein Ding. Sauber, Jungs. Hey. Jetzt sieht dein Background. Volle Background-Dance. Also, das ist jetzt eine blendende Führung. 2 Minuten. Spiel entschieden. Jetzt sind wir durch da. Das ist doch Hand. Das ist echt so. Weißt du? Weißt du? Nee, das ist der Körbe dabei auch nicht mehr. Der geht da mit dem ganzen Körper dahin. So weißt du? Die Hand auch noch da. Das ist lustig. Oh Mann. Das ist schön. Der kleine Nils. Boah. Alter. Boah. Was ist hier denn los? Yo. Hört man so Geräusche, ey. Die sind echt nicht von der Welt. Schon wieder ein Sieg, ey. Ich fasse das nicht. Ja gut. Vierde Stunde noch. Kann sich sehen lassen. Ich glaube, wir marschieren durch bis in Liga 5 und dann ist vorbei. Wow! Wow, Rabona! Wir müssen dann ab Liga 5 einfach Sascha rausschmeißen. Hä? Was kann ich denn dafür? Huiuiuiui, das war ne Ansage. Oh shit. Oh shit. Boah, da fängt er noch. Escalated. Escalated. Escalated quick. Wow. Einfach voll ausgerastet in die Fresse geschossen. Play PewDiePie. When you walk. Wie du für PewDiePie Werbung machst denn? Oh, das war da auf jeden Fall nötig ey. Das war da auf jeden Fall nötig ey. Da hab ich mich ja weggeknickt jetzt vor Lachen. Oh schade. Hab ich. Oh. Meter. Hey. Hey. Hey Major. Hey Major. Hey Major. Hey. Oh shit. Jetzt vorbei. Ja. 1, 2, 3. Die Bayern. Ja hey. Tor. 2, 3. Hustenfrei. 2, 3. Oh. 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 Da muss man einmal reinballern und dann können wir mal eben hier die Ecke vorne penetrieren. Mann. Ja penetrieren das hört sich gut an ne. Hört sich sicherlich. Sicherlich sehr gut an. Sicherlich. Ja wunderschön Jungs. Ja wunderschön. Was ein tolles Spiel. Was ein tolles Spiel. Was ein tolles Spiel. Also ich muss sagen da sind wir ja richtig richtig durchgeflutscht ne. Hier zack. Richtig durch. Ne mach da nicht. Mach da nicht. Ne alles gut. Kerze. Kerze. Wieder da angesprochen. Hallo. Hier. Oh ja cool. Ja cool Kevin. Sauber. Ja ich dachte da wär jemand. Wo haben sie das denn gelernt? Hast du gut gemacht ey. Warte den hole ich wieder. Boah Tankstyle. Ich hol den. Ey. Ah genau so geil. Hast du. Sauber. Ah. Schön. Huuu. Absatz. Hat die sind nicht mal reingemacht ey. Ja guck mal Bänder. Hehehe. Boah Alter Dehnung. Boah Alter Dehnung. Drei. Holt den Ball. Sehr schön. Ja. Mein Ding Ding Dong. Na 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 na. Na 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 na. Boah. Na 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 na. Ja die haben welchen Pech jetzt ne. Ja der hat den. Da hat den. Der hat den gleich nen Trainer wie ich man. Tut mir so leid. Guck mal den macht er auch nicht. Boah. Oh das ist miesig. also wenn man so die Chancen vergibt ne. Also da würde ich mir auf jeden Fall. Kommt mir bekannt vor. Ja. Kann das Team suchen. Kommt mir sehr bekannt vor. Jetzt reicht's. Jetzt ist es vorbei. Ist ja los bei den Leuten. Warum? Ja, da ist es vorbei, Freunde. Da ist es vorbei, der dritte Sieg. Ne, der zweite Sieg. Mein Hass auf Curry. Schön. Würde sagen, souverän machen wir dann auch in der nächsten Folge weiter, ne? Haben wir kein Problem mit. So schaut's aus, Kevin. So schaut's aus. Einen wunderschönen Tag euch noch. Und dann sehen wir uns. Bis dann wieder in der nächsten Folge. Tschüssi. Gofski. Danke, Sascha.